Heute Abend bin ich bei ServusTV in Salzburg. Ich freue mich schon drauf. 22.15 Uhr auf die drei Fragesteller und Fragestellerinnen. Wir werden spannende Diskussionen haben und vor allem auch, dass wir mal darüber reden, was mir bei dieser Wahl wichtig ist. Dass die Kontrolle auch im nächsten Parlament funktioniert. Wir haben im Herbst wieder Eurofighter beschaffen. Dass es ein gerechteres und soziales Europa und Österreich gibt. Weil nur das unsere offene Gesellschaft zusammenhält. Und dass wir unsere Heimat Österreich verteidigen gegen den rechten Extremismus, gegen den Überwachungsstaat, aber auch gegen den politischen Islam. Das will ich. Und über das reden wir heute Abend um 22.15 Uhr bei ServusTV.